Heute geht es darum, wie du deinen Traumjob finden kannst. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Videoblog. Ich freue mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, denn hier gibt es jede Woche Tipps zur Kommunikation, Führung, Business, Selbstführung. Und heute geht es um deinen Traumjob. Ja, wie findet man den eigentlich, den Traumjob? Ein Traumjob definiert sich über vier verschiedene Aspekte. Erstens, du tust etwas, was du liebst, was dir richtig Freude macht. Zweitens, du kannst das auch richtig gut, was du da liebst. Und drittens, die Welt braucht das auch. Ja, und viertens, du verdienst damit auch noch Geld, denn ein Job sollte in der Regel auch Einkommen generieren. Ist das einfach, sowas zu finden? Naja, also ich würde von mir selber behaupten, ich habe einen Job, der nahezu mein Traumjob ist, weil ich liebe, was ich tue, weil ich glaube ich gut bin in dem, was ich tue, weil die Welt das braucht und weil ich damit tatsächlich auch noch Geld verdiene. Und ich glaube, dass das eher die Ausnahme ist als die Regel. Wie heißt es so schön? Es gibt da draußen 5% von Menschen, die ihren absoluten Traumjob haben und die machen die anderen 95% total verrückt, weil sie ihnen die ganze Zeit von diesem Traumjob erzählen. An diesem Satz ist, glaube ich, eine Menge dran und deswegen möchte ich dich nicht verrückt machen davon, dass ich dir von meinem Traumjob berichte, sondern ich möchte dir einen anderen Gedanken mit auf den Weg geben, nämlich den, dass dein Traumjob ja gar nicht zwingend unbedingt deinen Lebensunterhalt verdienen muss. Das heißt, wenn erstens, zweitens und drittens stimmen, also du liebst das, was du tust, du bist richtig gut darin und die Welt braucht das und du kannst aber damit vielleicht kein Geld verdienen, dann tu das doch trotzdem, was dein Traumjob ist und mach das auf einer zeitlich eingeschränkten Basis und nutze den Rest deiner Zeit, um mit etwas, was du auch gut tun kannst und vielleicht sogar auch halbwegs gerne tust, dein Geld zu verdienen. Nur, weil wir nicht mit jedem Traum Geld verdienen können, müssen wir ihn ja nicht aufgeben. Wir können es ja trotzdem tun, wir können ja trotzdem mit einem Traumjob unsere Seele füttern und dann haben wir eben noch einen anderen Job, der unser Portemonnaie füttert. Was ist also dein Traumjob? Wenn du damit Geld verdienen kannst, super! Und wenn du damit kein Geld verdienen kannst, ja, dann ist das vielleicht auch in Ordnung. Dann tu es trotzdem, zeitlich etwas eingeschränkt und suche dir was anderes, womit du gut Geld verdienen kannst. Verdiene da dein Geld und mach deinen Traumjob zu deiner weiteren Beschäftigung. Ich bin Stefanie Voss, Vortragsrednerin, Workshop-Moderatorin, Business-Coach und bei mir geht es immer um Kommunikation, um Führung und vor allem auch um Selbstführung. Wie führe ich mich zum Beispiel selbst zu meinem Traumjob? Und egal, ob du damit Geld verdienst oder nicht, was auch immer du tust, es ist super wichtig, dass du das Steuer für dich in der Hand hältst, fest in der Hand hältst, denn genau das macht dich zum Leader on my Ship.